Die Sovelo GmbH aus dem Solar Valley bei Thalheim hat am Montag Insolvenz beim Amtsgericht Dessau-Roslau beantragt. Nach Q-Sales sah auch die Unternehmensführung des Solarmodul-Herstellers keine andere Lösung mehr. Geringe Absatzzahlen und der Preisverfall am Markt führten zur Zahlungsunfähigkeit von Sovelo. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Bernd Depping bestellt. Das Unternehmen strebt eine Insolvenz in Eigenverantwortung an. Nach ersten Einschätzungen stehen die Chancen einer Sanierung aufgrund der innovativen Produkte und der Marktposition recht günstig. Der Solarmodul-Hersteller hat im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 200 Millionen Euro erwirtschaftet und beschäftigt derzeit am Standort Bitterfeld-Wolfen 1.250 Mitarbeiter.